Wo ist der? Da! Speichern! Ach was, speichern? Ich schieße jetzt durch Wände durch! Speichern! Ach, ist keiner da, verdammt! Speichern! Ja, besser ist! So eine Raygun ist halt... Alter, geil! Es gibt ja auch in Wirklichkeit mittlerweile Raygun-Prototypen Schienengewehre, nennt sich's ja Genau Ein Projektil wird so schnell auf einer Schiene beschleunigt, bis es dann... Über Magneten, es gibt auch mittlerweile schon Theoretisch ein Gauss-Gewehr, also noch eine Stufe höher Das Problem ist, die haben kein Projektil, wo die Beschleunigung und die Geschwindigkeit aushalten könnte Ah, heftig Ich hab doch mal geguckt, ob's sowas wirklich gibt Und ja, also bei einer Raygun sind sie grad wirklich dabei Ja, Raygun gibt's auf jeden Fall, klar Nur ist die halt so groß, die braucht einen extra Stromgenerator Krass Damit du sicher zur Raumstation gelangen kannst, müssen wir Alters-Raketen-Abwehrsystem lahmlegen Hm Hm Okay Die Tunnel der Bahn führen zur Raketenkontrolle In diesem Canyon befindet sich ein Eingang zum Tunnel Darf ich jetzt auch mal was sagen? War's das? Ja, jetzt kannst du wieder Ähm Das Ding ist so... Alter, ernsthaft! Bleib in Bewegung und halte deinen Kopf unten Sollte meinen Kopf unten halten? Darf ich jetzt? Wunderbar Die Raygun ist, glaub ich, so groß, die müssen separat auf einem Flugzeugträger oder auf irgendeinem anderen großen Schlachtschiff installieren Krass Ähm, mit einem separaten Generator Weil die kriegen das nicht kleiner Vor allem nicht mit weniger Strom Alter, komm ich grad mit der Raygun auf mich zu? Ne, doch 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 Also, er schießt gleich nochmal Ach, lassen wir Schießen Alter Darf ich? Nein, ich bin dran Oh Immer noch Hm Also ich dachte, er driftnet Vor allem dachte ich nicht, dass ich gleich beim ersten Schuss tot bin Das ist eine Raygun Du bist tot Geil Und jetzt lädt wieder Von einer 8 MB Memory Card 4 Playstation 2 Wie du holst doch nicht jedes Mal Doch Brücken Laden Wir laden Brücken Laden Laufen Laden Verdammt Wir laden den Ladeweiten Jetzt kommen wieder diese ewigen Gespräche von Hendrix Ja, jetzt muss ich ja nichts mehr sagen Erinnerst du dich an die Minenarbeiter im Schatten Schießt die Leute gleich mal kaputt Damit du sicher zur Raumstation gelangen kannst, müssen wir Alters Raketenabwehrsystem lahmlegen Da rennt sie Was ist das klumpelige Ding da? Hehehehe Hehehe Hui Schieß mal da oben rein Ich glaub nicht, dass das irgendwas ist Hm Die Söldner haben diesen Bereich eingenommen Bleib in Bewegung und halte deinen Kopf unten Ich bleibe in Bewegung und halte meinen Kopf unten Ich zähl noch keinen Gegner Hm Hehehe 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 Nichts, he? Geh mal weiter vor Was hat denn der für? Ein Strootwind Spastische Anfälle Anfälle Die Waffe eher Nein, nein, ich glaub das ist ja Einer hat plötzlich mal der andere Hehehe Hehehe Zitter, zitter, zitter Was ist denn jetzt denn irgendwie los? Keiner da oder was? Ah doch, jetzt sind sie da Oh, die schießen Raketen Da kommen die Raiden Leute Da kommen die Raiden Leute Da kommen die Raiden Leute Da kommt Dann noch mal einer Da kommt Da kommt Aufschießen Ah, na wie? Warte, was ist da los? Ich glaub die Felden gehen kaputt Ja, wie gesagt, die schießen ziemlich böse Ah, da ist ja gar keiner drin Ups Geh mal da hoch Red Faction Red Faction, nix hier weg Oh, leuchtet das rot? Das rot leuchtet Ah Okay, da ging nix Vielleicht könnt sie hier hoch springen Ach ja, Red Faction ist was schönes Wenn's geht Ich hoffs Naja, nicht so ganz, ne? Ah, aber es wird Ja, die Frage ist, was sollen wir da oben? Vielleicht liegt da ja was Da ist ne Plattform Verdammt Kriegst du das nicht auf die Reihe? Ah, ich weiß auch noch nicht Jetzt hat er noch So Recycling Red Faction Toll Hey, wir sind hier oben, ja? Mhm Wir können sagen, wir waren oben Mhm Super, Wahnsinn Schreib's in die Kommentare Wow Schon darüber drin Wahnsinn 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 Super, super Wahnsinn Feikling Hier ist nicht Feikling Was denn? Feikling Ah Haha So Red Faction Wie er das nachladen muss Ja, ich hab's ja äh Letztens irgendwann verbraucht Kaputt? Nee Niemals Von wegen Alter, ich zersch... Du zerschießt dahinter alles Jetzt ist er aufgeräumt Aber das noch nicht Oh, ich übers Ziel Zaaack Nee, das Ding lebt noch Treffer? Ich glaube Ja Also gut Dann ab da durch, ne? Ja, man muss es doch auch mal irgendwann... Da ist fast dahinter Man muss es doch auch mal demonstrieren Bisschen nach rechts? Bisschen nach rechts? Doch ganz fein sieht man da ein Also da sieht man ein Und da war da rechts war auch nochmal ein Bisschen hoch Links Längs Längs Ich bin doch... Rechts neben... Äh, links neben mit einem Schuss Genau, links Warte mal, vielleicht sieht man hier besser Auf ne'n dunklen Wand Ich glaub nicht Ich glaub nicht, dass da einer ist Dann geh rein Siehst du noch einen? Ja, rechts Ja, rechts Ja, ist er, ja Ja, ja, ich seh ihn Genau da Jawoll Kommst du feige Kommst du feige Jetzt gehst du rein Psssss tot Oh, guck mal, da lag einer Ja Durch mich hast du ihn gesehen Niemals Boah, wie er sich nicht traut Nein, ich will doch nur gucken, ob es besser ist Ah, genau nach rechts Da Zwei Stück Also ein Multiplayer sieht man es besser zu können Falls ist es einfach nur zu weit weg Hm, ich glaube nicht Gut Feigling Das war uns wahrscheinlich Zivilisten Das macht nichts Klar So, sagst du Machen wir mal einfach weiter Siehste Ich geh jetzt mal runter Ich geh jetzt mal runter Vielleicht geht's da unten Weiter Ja, nicht weiter Verdammt Tja Okay, gehen wir erstmal hoch Huch Ja, da kommt ein Oh Alter, oder? Christian mit der Raygun Blöder Arsch da Sicherheitsbereich Ja, es wird hier gleich sicher sein, wenn ich hier fertig bin Was ist denn knapp? Knöpfchen Ich glaube, wir gehen erstmal runter Übrigens lagen da zwei Waffen Und es sind die zwei Typen, die ich abgeknallt habe Okay Also waren es keine Zivilisten Achtung Gas Leicht hoch Ich mein Feuerzeug Achtung Alter Hm, wo geht's denn da hin? Gibt's ein Knöpfchen? Ich guck grad Ich guck grad Nee Dann machen wir uns ein Machen wir uns ein Loch Ein Löschchen Kaboom Okay Okay Das will nicht Das will nicht Das ist wahrscheinlich der Müll Schacht von vorhin Ja, das könntest du Hallo? Sein Wo kommen die denn her? Woha Oh Mist, ich hab eine Railgun in der Hand Alter, die kranken Schweine, oder? Das war keine Railgun Wir hatten Kassimkugeln, die haben angenehm geschossen Schieß doch mal schneller, verdammt Na, die kleinen Kugeln haben wir aber Die kleinen Kugeln sind Deko Das ist ein geiler Bringt aber nichts wenn du dich triffst, ne? So Neue Waffen Neues Glück Neuer Lauf Neues Level Und ab in den Ladebalken Ja, der herkommt Ab in den Ladebalken Ich will nicht Sag ich doch Ich will nicht Ich bin wieder ein Ladebalken Ja, ja Deswegen sind die Schleusen da Es ist nicht weil Da irgendwas kontrolliert wird Es ist einfach nur Zum Ladezeitüberbrücken Toll Ne Tür Sieht's auch schon schwarz aus Entweder schimmelt's da Oder hat einer geraucht Lange Also das Kettenraucher Hat sich mit einem Flammenwerf angezündet Huch Sieht aus wie ne Bahnstation Da ist ja dusch da Ist ja nachtschwarz Ist ja Da hinten ist ne Tür Ist ja einfach mal Nichts Huch, das war die falsche Waffe Ist ja einfach mal Hellgrünes Dungelles Die Typen mit Raygans sind halt schon Jetzt weiß ich was das so stinkt Das ist Alter Das ist Alter, ja Ja Nein, bitte nicht Bitte nicht Ah Alter, bitte Bist du auch grad erschrocken? Nee, nicht so wirklich Ich war nur kurz Alter, wo kommt der Zug her? Von hinten Wann hast du das mal gespeichert? Aber was soll ich nicht? Ich bin grad erschrocken Ich bin grad erschrocken Unge Pär Ich kann ja auch nicht jedes Mal speichern Nach oder vor solchen Sachen speichert man Alter Wo kommt auf einmal der Zug her? Von hinten Alter, der hat mich voll gerammt Ja Hey, du hast mich gerammt Okay Oh die Scheiße Jetzt mach ich mal deine Tour Hä? Beiges Huhn spielen, ja? Ja, wenn du das kannst, kann ich das auch Achso Ach dein ne Was ist denn? Blöde Steuerung Nein, nein, nein Doch, doch, doch Nein, nein, nein Ich weiß einfach nicht was Gutes Hm, doch? Ja So Drück den Knopf und es leid Hab ich grad Ich hab's grad noch selber gesagt War das Ladebildschirm? Hm Naja, macht ja nix Wir haben ja genug Zeit Ja 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 Was? Alter, ernsthaft Naja, warum Na gut Na gut Laten wir da gleich nach Hm So In diesem Canyon befindet sich ein Eingang zu den Tunnels Dann bockt er eh nicht lang rumzumachen Zwei Die Söldner haben diesen Bereich eingenommen Bleib in Bewegung und reiche deinen Kopf unten Geht das so auch? Eher nicht Eher nicht? Eher nicht Hätten wir gleich merken Muss der auch nochmal Dann wissen wir's Da ist ja keiner dran Das sind ja automatische Geschütze Wurzüge zeigen So Baby, hakehne wir wieder runter Das hatten wir doch auch irgendwo mal Ja, das war auch eine Ladefaction damals Ja, ja, ja Dann braucht er noch rumzumachen Ja, dann rein rein Keine Zeit So Oh Ja Ich hab die Waffe noch Wer wegrennt Runden unten hin Runden unten Runden irgendwas? Nein, gell? Nein, nein Nur das genug Leute gleich kommen Bitte lass mich hin Ich bin zuerst Das ist uns wohl lieber Ich bin zuerst 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 Ja gut Da kann ich auch Oh Schön Super Einwandfrei Mimimi Wie bitte? Nein Die Raycan ist eindeutig zu stark Die ist geil Egal welchem Schwierigkeitsgrad Eintreffer tot Hehehehe Da wirst du mit Raketen beschossen Du lebst Die Raycan trifft dich und bist tot Und wir dürfen gleich nochmal laden Vielleicht sollte man das mal speichern Bevor wir jedes Mal das Ding jetzt machen Bevor wir in das Abteil gehen und wieder sterben. Ach, ja, ja, gut, das von gerade eben haben wir jetzt schon einigermaßen drauf. Abknallen, durchrennen. Richtig. Erinnerst du dich an die Minenarbeiter in Schöpfleitz? Ah, halt da, Gott. Damit du sicher zur Marke zu gelangen kannst, müssen wir Alters Raketenabwehrsystem lahmlegen. Komm, zeig dich, zeig dich. Nicht wegrennen. Die Tunnel der Bahn führen zur Raketenkontrolle. In diesem Canyon befindet sich ein Eingang zu den Tunnels. Alter. Am besten du lässt dich gleich töten von dem. Alter. Das gibt's nicht, oder? Ja, der arbeitet für die Alter allerdings. Geh sterben. Pass auf, der hat eine Railgun in der Hand. Pass auf, der hat eine Railgun in der Hand. Ich darf den Hülsern nutzen. So. Ruhe da.